Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Chameleon Hash Funktionen. Und ja, nicht nur, dass sie einen coolen Namen haben, Chameleon Hash Funktionen sind sogar zu einigen Sachen cool. Wir können nämlich aus Chameleon Hash Funktionen erstmal einmal Signaturen bauen. Ist jetzt nicht so spannend, haben wir schon mal gemacht, aber wir können nachher auch Chameleon Signaturverfahren bauen. Und Chameleon Signaturverfahren sind tatsächlich was Neues. Die bringen uns wirklich einen Mehrwert gegenüber dem ganzen anderen Kram, den wir bisher gemacht hatten. Also wir hatten ja EUF CMA Sicherheit, jetzt können wir Chameleon Signaturen benutzen und haben dann sozusagen noch eine Funktionalität mehr. Und die möchte ich euch kurz erklären, damit ihr die Motivation dahinter versteht. Okay, sagen wir mal, ich möchte eine Titan X kaufen. Und die Leute wollen mich natürlich wegen meinen unglaublich geilen Videos hier sponsern, was sie leider nicht tun, aber hey, das lassen wir mal außen vor. Okay, ich möchte mir also eine Titan X von Händler H kaufen. Joa, ich frage dann also bei Händler H als Kunde K. Hey du, H, wie sieht es aus, für wie viel gibst du mir die Titan X? Und der sagt, ja gut, du bist so cool, du kriegst ein Special Angebot von 1000 Euro für das Ding. Und dann sage ich zu ihm, ja du, aber ich glaube dir das nicht, unterschreib das mal bitte. Und dann signiert er mir, dass er mir diese Titan X für 1000 Euro geben kann oder geben würde vor allem. Und was dann bei passiert ist, ich habe sozusagen den Beweis, dass H mir eine Titan X für 1000 Euro verkauft. Und ich kann diese Titan X dann auch, oder diesen Preis besser gesagt, kann ich auch weiterreichen an einen Händler HI. Also an einen zweiten Händler HI weiterreichen. Und dieser zweite Händler HI, der weiß dann auch, dass H mir diese Titan X für 1000 Euro verkaufen würde. Und sagt dann, du kriegst sie von mir für 999 Euro und 99 Cent. Und damit hat er H unser Boden und ich werde die Titan X bei ihm kaufen. Und dann ist H ein bisschen angepisst und will mich nicht mehr sponsern, aber I will dafür umso mehr. Ja, das ist jetzt natürlich doof. In dem Fall sind Signaturen eigentlich schon fast ein Nachteil. Denn ich habe den Beweis, dass H mir diese Titan X für 1000 Euro verkauft und nicht für, keine Ahnung, 1200 oder was sie kostet. Und ich kann den Beweis auch weitergeben an I. Das ist sozusagen der Clou an der ganzen Sache. Ich kann den Beweis, dass H mir die Titan X für 1000 Euro verkaufen möchte, weitergeben. Das ist das große Problem sozusagen mit den Signaturen. Und die ist nicht nur für mich gültig, sondern ich kann die auch einfach jemandem anders zeigen und kann sagen, schau mal, das ist von H und der sagt, er hat das unterschrieben. Also ist es auch tatsächlich so. Ja, was machen wir dagegen? Wir bauen uns Chameleon Hash Funktionen bzw. Chameleon Signatur Verfahren, sodass wir am Ende sagen können, also sodass H unterschreiben kann mit unserer Chameleon Signatur. Das heißt, wir schicken jetzt H unsere Chameleon Hash Funktion, H unterschreibt für uns und dann haben wir den Beweis, dass es H auch wirklich ernst meint. Aber wir können diesen Beweis nicht mehr weitergeben, denn wir könnten mit dieser Chameleon Hash Funktion das Ganze fälschen. Und damit ist I nicht mehr überzeugt, dass es tatsächlich von H ist, denn wir als Kunde könnten auch sozusagen eine Nachricht fälschen, wo drin steht, er verkauft mir die Titan X für einen Euro. Und das würde logischerweise I nicht glauben. Und dann ist natürlich die Frage, ab was glaubt er mir das dann, bzw. wann habe ich ihn sozusagen überzeugt. Und mit einer Chameleon Hash Funktion kann man eigentlich davon ausgehen, das kann ziemlich sicher gefälscht sein. Ja, und dann wird mir natürlich I nicht sagen, hey, du kriegst sie für 99 Cent, wenn H dir das für einen Euro anbietet, sondern er würde sagen, hier oben, ich verkaufe doch keine Titan X für quasi geschenkt. Und ja, wir können so, oder er kann sagen, das hast du definitiv gefälscht. Gut, also wie bauen wir diese Verfahren? Ist im Prinzip sehr ähnlich wie die Einmal-Signaturen, witzigerweise. Und zwar, Hash Funktionen sind eigentlich alle Einmal-Signaturen. Also, eine Hash Funktion ist eine Einmal-Signatur, aber eine Einmal-Signatur ist nicht unbedingt eine Chameleon Hash Funktion. Okay, also, was wir jetzt erreichen wollen, ist sozusagen die Abstreitbarkeit gegenüber Dritten. Das ist sozusagen der Grundgedanke davon. Okay, ich habe euch quasi schon erzählt, wie das Ganze abläuft. Jetzt gucken wir uns mal direkt die Chameleon Hash Funktionen an. Ich schreibe es gerade mal kurz hin. Chameleon Hash Funktionen. So, okay. Was machen wir damit? Wir brauchen hier eine Chameleon Hash Funktion, die schreibt man normalerweise abkürzend ch für Chameleon und Hash Funktion. Und so eine Chameleon Hash Funktion besteht aus zwei Algorithmen. Und zwar einem GAN Algorithmus, wieder mal logischerweise, und einem Trap Call, einem Trap Door Collision Algorithmus, also einem Falltür Kollisionsalgorithmus, wenn ihr so wollt. Und im Grunde machen wir dann sozusagen in GAN uns zwei Dinge. Also aus GAN, das ist wieder ein Algorithmus, genau wie Trap Call ist auch ein Algorithmus. Und aus GAN kommt folgendes raus, nämlich eine Chameleon Hash Funktion, ch, die aus einem Nachrichtenraum, also quasi Nachrichten, und, warte, ich schreibe das anders, sie nimmt eine Nachricht M, sie nimmt einen Zufallswert R, Random für Zufallswert, und sie gibt mir eine, ja sozusagen, einen Hash Wert wieder mal, den nennen wir jetzt allerdings, hm, doch, wir nennen ihn H. Okay. So, das ist jetzt sozusagen das erste, was aus dem GAN Algorithmus rauskommt, aber Vorsicht, da kommt noch ein zweiter Wert raus. Also das ist der komplette erste Wert, das ist so eine Funktion, die da quasi ausspuckt, der GAN Algorithmus. Und das zweite, was rauskommt, ist ein, eine Trapdoor T, T für Trapdoor logischerweise, sozusagen eine Falltür, mit der wir eine Kollision berechnen können, für unsere Hash Funktion. Also ihr wisst ja, Hash Funktionen sollten theoretisch kollisionsfrei sein, sind sie aber in den allermeisten Fällen, oder sind sie eigentlich auf keinen Fall, werden normalerweise immer mehr Input, also die Input Bits sind mehr als die Output Bits, das heißt, früher oder später muss es mal einfach, ähm, Kollisionen geben, und so eine Kollision kann effektiv oder effizient, vor allem berechnet werden, mit dieser Trapdoor T. Wenn man die Trapdoor T nicht kennt, dann ist das Ding genauso kollisionsresistent, wie eine normale Hash Funktion, aber mit der Trapdoor T können wir Instance sozusagen, eine Kollision berechnen, für eine uns gewünschte Nachricht M Stern, und dann bekommen wir sozusagen, den neuen Random Wert raus. Das heißt, wir können, das ist quasi der Trapcall Algorithmus, den ich gerade beschrieben habe, Trapcall, ähm, der nimmt für eine Hash Funktion, logischerweise, läuft er immer noch auf eine Hash Funktion, der nimmt als Parameter, ähm, erstmal die Trap.t, logischerweise, sonst geht da gar nichts, dann eine Nachricht M, und einen Random Zufallswert R und eine neue Nachricht M Stern. Und was sie mir liefert, ist ein R Stern, so dass, ich schreibe gerade mal tatsächlich so das hin, so dass, die Chameleon Hash Funktion von M und R, dass denselben Hash Wert ausspuckt, wie von M Stern R Stern. Okay, also quasi einfach eine Kollision berechnet wird, so mit R Stern. Und ohne R Stern können wir hier nichts machen, weil Ch von M Stern, R ist definitiv ein anderer Hash Wert, aber wir berechnen ja R Stern, so dass eben dieser Hash Wert gleich dem Hash Wert ist. Okay, das hört sich jetzt erstmal total bescheuert an, wir brechen quasi unsere Eigenschaft von Kollisionsresistenz, aber ohne sozusagen den Secret Key, und hier seht ihr vielleicht die Analogie zu den Signaturen, die werden wir aber noch genauer angucken, keine Sorge, aber nur schon mal für eure Gedankengänge zum Anregen sozusagen. Mit dieser Trap.t, mit unserem Secret Key T, können wir eine Chameleon Hash Funktion brechen. Ohne den Secret Key T können wir das nicht. Gut, so funktioniert es im Prinzip, also wie gesagt, die ist immer noch Kollisionsresistent hier, aber wenn wir T kennen, nicht mehr. Das ist die ganze Krux dahinter, und ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns tatsächlich mal so ein Ding konstruieren. Bis dann, ciao!